Heute geht's wieder in Sterntiger Superwelten. Jetzt ist die Sache, die Sterntiger hatte mir gesagt, er würde mir das Finale von seiner Super Mario 64 Welt geben. Und ich bin mir sicher, das hat er auch getan. Nur sind seitdem sehr viele Tage vergangen und ich glaube, er hat eine neue Superwelt hochgeladen. Das heißt, auf die alte habe ich natürlich keinen Zugriff mehr. Für mich ist das nicht so schlimm, ich kann mir ja seine Level auch einzeln angucken. Aber mich würde jetzt diese neue Superwelt sehr interessieren. Und ich hoffe, es ist in Ordnung für die Sterntiger, wenn ich die jetzt auch spiele. Denn ja, ich bin gespannt drauf. 5 Welten, 15 Level. Das hält sich in Grenzen. Dann haben wir pro Welt durchschnittlich 3 Level. Mal gucken, ob das wirklich so ist. Kann ja auch anders sein. Ich bin gespannt drauf. Schauen wir uns das mal an. Vielleicht sind das jetzt auch einfach alle Welten zusammen. Also alle Super Mario 64 Teile. Das kann sein. Ja, ist das auf jeden Fall wieder Super Mario 64? Hat sich denn hier was getan, ist die Frage. Äh, hier oben komme ich nicht weiter. Wäre natürlich jetzt doof, wenn ich Level spiele, die ich schon kenne. Aber dann kann ich die einfach rausschneiden. Das ist auch nicht so schlimm. Ja, das hier kenne ich zum Beispiel. Das ist ganz eindeutig... Die Unsichtbarkeitskappe. Also die Passage, um die freizuschalten. Mit dem blauen. Das müsste der blaue Schalterpalast gewesen sein. Der grüne ist die Metallkappe. Der rote ist die Flügelkappe. Naja. Hat sich jetzt hier was geändert, ist die Frage. Ich glaube tatsächlich nicht. Na gut. Das Level zeige ich jetzt auf jeden Fall. Weil ich jetzt sowieso schon durch bin. Sollte ich jetzt noch mehr Level finden, die ich schon gespielt habe im vorherigen Superwelt Part. Das ist genau das, was ich schon gespielt habe. Dann werde ich die einfach rausschneiden. Und wir gucken uns dann nur die neuen Level an. So machen wir das. Das denke ich ganz gut. So, ich glaube das ist jetzt neu. Welt 4 Teil 17. Das habe ich glaube ich noch nicht gemacht. Daran erinnere ich mich überhaupt nicht mehr an diese Stacheln. Das dürfte neu sein. Definitiv. Das alles, was ich bisher gemacht habe, war allerdings schon altbekannt. Oh schade, ich dachte, es geht nach Aquaris Atlantis. Atlantis Aquaris, so heißt es. Denn da war ich noch nicht. Und das ist jetzt dieser Spiegelsaal. Welches Level war da? Das Eislevel, das zweite Eislevel. Frostbollenfrust heißt es auf Deutsch. Auf Englisch, keine Ahnung. Ja, und das haben wir noch nicht gemacht. Na, cooler Baum. Boomba sind da, okay. Frohene Wasser, wo man sich immer den Hintern verbrennt. Also, Frost brennt. Kann ich da rein? Nein. Ah, das ist, wo diese Schneewellen rauskommen. Cool. Und dann ist hier das Igloo. Ja. Nice. Okay, erste Münze. Ist der Schwertzweck, was das hier noch sein soll? Ich nehme an, wir müssen auch den Schneemann erklimmen. Ja doch, der ist so ein Schneemann. Den müssen wir erklimmen, nehme ich an. Denn das ist ja ungefähr so das Besondere an diesem Level. Ich laufe einfach durch. Uh, vorsichtig. Das ist das mit dem Schneemann, oder? Der einen wegpustet, da muss man alles neu machen. Aber hier tötet er einen. Cool. Er wird umgesetzt. Man erkennt leider den Schneemann nicht. Das ist ein bisschen schade, aber ist in Ordnung. So, und bei dem nächsten, den werde ich getötet, wenn ich da die Münze kriege. Und wieso das denn? Das kann ja eigentlich jetzt nur hier sein. Ich schaue mir das einfach an. Ah, okay. In dem Level gibt es ja so ein, äh, ja, weiß ich nicht. So ein Spiegelsaal, aber eher mit Eis, wo man nicht so wirklich weiß, wo man hin kann. Und das ist das wohl. Und da verstehe ich jetzt auch, das wird der Säge, jetzt wird mir einfach die Feuerblume weggenommen, damit ich die nicht einfach mitnehmen kann. Klar, macht Sinn. Okay. Level geschafft. Frostbollenfrust. Ist von allen Super Mario 64 Level, glaube ich, eins von denen, die ich überhaupt nicht mag. Weil es so, ja, ich weiß nicht, ich finde es ein bisschen charakterlos. Aber gut umgesetzt. Und ich werde auch getötet. Und das passt ungefähr so zu dem Level, finde ich. Ja. Okay. Geht es denn jetzt weiter mit Leveln, die ich schon, äh, die ich noch nicht gemacht habe? So rum. Lebenhäuser spare ich mir. Nächstes Castle. Hm. Na gut. Teil 16. Das sagt ja nie so viel aus. Aber auch da ist wieder dieses komische 64 Hertz. Das kenne ich halt noch gar nicht. Deswegen denke ich. Ja und jetzt geht es nach Aquaris Atlantis. Man sieht. Atlantis Aquaris. Was? Oder Aquaria. Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall das immer mit dem verinnernden Wasserstand. Wieder drei Sterne zu holen oder Münzen. Oh nein. Ich bin auf jeden Fall ein Pilz. Ups. Gut. Ja, das Wasser steigt sogar. Oh, ist das cool. Sorry, Fisch. Aber ich kann einfach hier hochschwimmen. Oh, dann ist, glaube ich, hier. Der erste Stern. Ich glaube, der ist einfach in so einem Block drin eigentlich, oder? Ah, ich denke, das war der. Da oben war aber noch mehr. Und das ist sogar der Aufzug in diesem Käfig. Gehst du da hoch, Luigi? Danke. Was mache ich denn hier am besten? Einfach rüber. Okay. Dann haben wir zwei Sterne geholt. Und der letzte ist jetzt unten im Käfig. Ja, so geht das. Man kann auch auf das Wasser warten. Muss man aber nicht. Man muss auf jeden Fall den Aufzug nehmen. Man kann nicht auf das Wasser warten. Okay. Clever gemacht, Sternetiger. Clever gemacht. Wenn ich hier springe, dann geht es nämlich auf. Ähm, ja, dann kommen die Blöcke. Wenn ich mich aber einfach im Aufzug tragen lasse, dann passiert gar nichts. Dann komme ich da einfach durch. Ohne Problem. Okay. Sehr interessant. Dann kommen wir jetzt auch schon in die letzte Welt. Welt 5. Welt 5 ist riesig. 5 Level gibt es hier. Oder 4. Ich habe nicht richtig gezählt. Teil 19. Kurz und knackig. Thema ständiger. Deutschland. Einfach so alle Informationen einmal aufzählen, die ich hier kriege. So. Okay. Hier wird jetzt Treppchen hoch. Und dann weiter nach oben. Ins Dach also. Oh, nie, ne? Ach, hier ist doch. Nöt angezeigt, was das ist. Das ist auf jeden Fall die Uber. Das heißt, Tic-Tac-Trauma. Oh je. Wobei es gerade ein bisschen aussieht wie Regenbogenraserei. Aber na ja. 4 Sterne. Kriege ich einen Pilz? Natürlich nicht. Das denke ich mir auch. Bei Tic-Tac-Trauma. Ich werde aber groß gemacht. Na gut, dann ist alles gut. Das sind glaube ich die Dinger, wo man die roten Münzen sammeln soll. Ja. Ja, Tic-Tac-Trauma ist so ein Level. Das habe ich nie so richtig im Kopf, weil man immer... Ja, an der gleichen Stelle ist es nur weiter oben oder weiter unten. Ah, okay. Jetzt habe ich die Uhr tatsächlich angemacht. Cool. Wo geht das denn hin? Ja, sogar bitte Vliesband. Oh mein Gott, ist das cool. Ja gut. Zweiter Stern ist hier drin. Jetzt fehlen noch zwei. Ich habe auch den Tromp gesehen. Der Tromp ist ja tatsächlich auch nicht ohne Funktion. Und dann stehen die Vliesbande sogar still. Ah, das ist echt gut gemacht. Stern-Tiger, wirklich. Großes Lob. Wobei so ein Lob von mir nicht viel heißt, weil ich kann überhaupt nichts bauen. Also, nicht so viel drauf einbilden am besten. Vielleicht habe ich ganz oben in der Uhr. Gibt es hier noch einen One-Up? Hm. Man muss für ein paar Münzen sehr viel arbeiten. Finde ich schade. Na ja, gut. Ah, das war es noch nicht. Nein, oder? Ich bin so schlecht. Aber ich bin der Einzige, der da unten gestorben ist. Ja, das wundert mich nicht. Irgendwie ist der Mechanismus nicht angegangen. Ich brauche ihn aber auch gar nicht. Ich gehe jetzt mal hier lang. Ich wäre gerne groß. Aber ich komme hier auf jeden Fall hin. Okay. Gut. Und dann werde ich auch wieder groß. Die anderen Münzen sind ja gespeichert zum Glück. Jetzt wieder nach oben. Irgendwie ist die Uhr nicht an. Ist aber auch nicht so schlimm. Man kann ja tatsächlich selber einstellen, wie die Uhr gerade laufen soll in Super Mario 64. Von daher... Auch das ist realistisch. Das habe ich jetzt irgendwie ein bisschen schlecht gemacht. Jetzt komme ich da gar nicht drauf, weil die total versetzt sind. Ich fürchte auch, die wird nicht neu spawnen, oder? Okay. So, und jetzt hier nicht sterben. Das war echt dumm. Aber das erkenne ich auch gar nicht wieder, diese Stelle hier. Aber das liegt auch daran, dass ich mich mit Tic Tac Trauma nicht so gut auskenne. Was ist hier ein One-Up? Und hier ist ein Twomp. Ja genau. Und der Twomp ist auch im Spiel da und bewacht, glaube ich, irgendwie einen Stern. Ich weiß nicht genau, wie er das macht. Jedenfalls haben wir den Stern. Und damit haben wir genug, um das Level zu verlassen. Nimm noch ein paar One-Ups mit. Okay. Cool. Auch das hat mir wieder sehr gut gefallen. Auch wenn ich sehr lange gebraucht habe. Das ist aber nicht so neu. Das sind jetzt noch vier Level. Also ich habe mich gerade mit den fünf Leveln nicht verzählt. Was kommt nun? Teil 13, oh, Unglückszahl, Shooter, okay. Und Link, warum das denn? Geht ihr nach unten? Wie bin ich denn jetzt? Oh, grüne Giftgrotte. Ja, bestimmt. Oh nein. Hä? Ja, damit. Ja gut, grüne Giftgrotte. Kann man schaffen. Was war das denn jetzt? Was soll ich damit? Das ist diese Kiste, die da her schwebt. In der grünen Giftgrotte. Die man nehmen kann und damit man dreimal springen kann. Und kriegt man am Ende Münzen. Aber warum ich das da nehmen sollte, wüsste ich jetzt nicht. Ich glaube, ich kann nämlich das Trampolin aus dem Muncher rausgreifen. Wobei, so sicher bin ich mir nicht. Jetzt sind wir in dem Raum mit dem Loch. Genau. Und da kommen hier so Steine runter. Auch das erkenne ich. Und dann gibt es in Super Mario 64, aber nicht in der DS-Version. Hier oben ein Stern. Ich hau ab. Oh man. Okay, jetzt ist hier dieser Raum mit dem Gitter, mit dem Aufzug. Und dann sind die Gumba. Das stimmt auch. Dann kann ich jetzt hier rein. Ah, wir sind beim See. Aber ich habe Nessie nicht gesehen. Oder Plessie. Ich weiß nie, wie sie heißt. Jedenfalls bin ich wieder groß. Ich würde jetzt auch ganz gerne den einen schwierigen, also was heißt schwierig, schwierig zu findenden Sternen hier machen. Den habe ich ja in Super Mario 64 lange Zeit nicht gefunden. Weil ich auch eher die DS-Version im Kopf habe. Und da gibt es den nicht. Obwohl er ersetzt durch was anderes. Aber hier gibt es ihn. Okay. Und wo geht es jetzt weiter? Ah, ich mag die grüne Giftkotte nicht. Sie ist zwar gut umgesetzt, aber das ist einfach so ein Level, da kriege ich immer wirklich Ausschlag von. Okay. Auch das kann ich nicht erkennen. Aber, ja. War das vielleicht was mit der Metallkappe? Kann sein. Irgendwie so ein Lock unter Wasser zerstören. Das geht ja nur mit der Metallkappe. Aber auch nur in der DS-Version, glaube ich. Also das ist anscheinend so eine Hybrid-Version, dieses Nachbau von Sternen-Tiger. Finde ich aber in Ordnung. Weil er kennt die grüne Giftkotte ja auch eigentlich ganz gut wieder. Okay, hier ist noch was. Nochmal einen Aufzug. Jetzt habe ich wirklich keine Ahnung, wo ich bin. Na ja, ist doch egal. Wir haben es so geschafft. Und Tür war, glaube ich, hier, oder? Genau. Okay. Grüne Giftkotte abgeschlossen. Ohne Fail. Das tut gut. Oh, ich hasse die grüne Giftkotte wirklich so sehr. Vielleicht kriegen wir sogar noch 100 Leben voll. Also, wenn es möglich wäre. Gut. Ja, was fehlt denn jetzt noch? Regenbogenraserei würde fehlen. Oder? Ja, eigentlich nur Regenbogenraserei. Ah, nein! Wumms Wuchtfall fehlt auch noch. Oh, den würde ich gerne haben. Na ja, mal gucken. Er wurde ja auch in Super Mario Galaxy 2, müsste es gewesen sein. Ja doch. Nachgebaut. Und... Ja, da hat er mir nicht so ganz gefallen. Weil irgendwie... Ich tue mir die Proportionen nicht. Aber ich glaube, in Super Mario Maker würde er mir schon ein bisschen besser gefallen. Aber so wie das hier aussieht, geht es in Regenbogenraserei weiter. Ja. Oh Gott, das wird der Tod. Das wird echt der Tod. Ich mag Regenbogenraserei, aber ich finde das Level sieht ein bisschen... Unfertig aus in Super Mario 64. Sobald die einfach keinen Bock mehr hatten und aufgehört haben. Naja. Und es ist natürlich sehr repetitiv. Weil man einfach jedes Mal... ... diesen Teppich hier nimmt. Und dann... ... damit weiterfliegt. Und... Ja. Er ist nicht ganz so gut umgesetzt. Also... ... nicht ganz so gut gemacht. Umgesetzt hat Sterntieger das bisher... ... so wie ich das sehe, ziemlich gut. Sogar hier diese störenden Blöcke. Über die man immer springen muss. Ah. Gut gemacht. Auch das hier. Glaube ich. Aber ich sehe schon, das wird ein Level sein, das sehr viel Zeit braucht. Weil man einfach jedes Mal jetzt hier hochfahren muss. Das ist ziemlich nervig. Aber es ist halt einfach so, wie es auch in Super Mario 64 war. Da kann ich ständig gar nicht wirklich einen Vorwurf machen. Weil es ja gut umgesetzt ist. Nur das Original ist halt einfach schon nicht gut. Jetzt sind hier diese Kristallwände. Mhm. Okay. Auch das passiert in Regenbogenraserei häufiger. Dass man von unten runterfällt und dann irgendwo landet und... ... wer was anderes machen kann. Also... ... also... ... auch das ist ja... ... realistisch. Ah. Muss ja alt sein. Bleib einfach hier. Ah. Wobei der Teppich verschwindet in Super Mario 64, wenn man nicht drauf ist. Deswegen... ... ja. Bleib ich mal drauf. Hier kann er nicht verschwinden. Schon klar. Aber wir wollen ja hier das Spielerlebnis auch ordentlich nachempfinden. So. Jetzt bin ich ja in dem Haus offensichtlich. Und kann mir endlich mal einen Stern holen. Ja. Es gibt zum Glück 0,3. Das ist gut. Aber jetzt geht das Ganze wieder von vorne los. Okay. Sind wir wieder hier? Ich bin mir ja nicht sicher, ob das diesmal besser geht. Oh Gott. Ich hoffe, ich sterbe jetzt hier nicht. Also ich bin ja auch gerade nicht gestorben. Aber... ... ich muss ja diesen Weg hier trotzdem schaffen. Gut. Ja. Okay. Hier sind zwei Sterne, oder? Mhm. Hier ist einer. Aua! Ah. Blöder Wirbelwind. Und nochmal da hoch. Und nochmal da hoch. Und nochmal da hoch. So. Ich bin jetzt sehr oft runtergefallen. Ihr habt es wahrscheinlich gesehen, weil ich es nicht rausgeschnitten habe, sondern einfach nur beschleunigt habe. Naja. Das sollte es aber gewesen sein. Ja, Regenbogenraserei ist geschafft. Dann kann es nicht mehr so schlimm werden. Gut. Ja, war toll. Auch wenn ich sechs Minuten hier drin war. Aber das passiert. Okay, jetzt fehlt aber wirklich nur noch Wumms Wuchtwahl. Oder irgendwie so ein kleines Mikro-Level. Das kann auch sein. Vielleicht so der Strand, also diese kleine Strandpassage mit den Silbersternen, die es in Super Mario 64 DS gab. Oh, das sieht aber nach Wumms Wuchtwahl aus, oder? Nein, es geht wieder nach unten. Oh, schade. Das eine Level fehlt auch noch. Stimmt. Das ist aber nicht das eine Level, was ich meine. Das mag mal Level. Was habe ich doch schon gemacht? Schade, dann haben wir jetzt wieder noch andere alte Level, oder? Oder habe ich das gemacht? Ja, ich habe es gemacht. Okay. Gut. Das letzte Level. Ich denke, das habe ich noch nicht. Vielleicht aber doch. Teil 21 Finale. Nein, Finale habe ich noch nicht gemacht. Das ist das, was mir Sternetiker versprochen hat. Und das tue ich mir jetzt auch an. Natürlich geht es nach ganz oben. Da wartet Bowser auf uns. Der letzte Bowser-Fight. Und auch das schwierigste Schattenlevel von Bowser. Wobei, ja doch. Ja doch, ich würde sagen, das ist das schwierigste. noch weiter nach oben. Und da sind wir jetzt. Nach die lange Treppe und da ist Bowser. Okay. Boah, ich erkenne das gar nicht wieder. Wieso das denn? Ich habe das Level auch gar nicht mehr im Kopf. Krass. Na gut, ich muss es ja nicht wiedererkennen, um es gut zu finden. Ich kann ja nur nicht sagen, ob es gut nachgebaut wurde. Ich komme ja gar nicht hoch. Wieso komme ich da nicht hoch? Mach ich das alles falsch? Ich komme mal woanders hoch. Da eher nicht. Ich bin so blöd. Oh Mann. So, was mache ich jetzt hier? Brauche ich den dafür? Wahrscheinlich. Aber dann habe ich auch nur eine Chance. Das ist natürlich nicht so toll. Ich denke, ich kann das auch anders machen. Da muss ich aber auf dem Eis umdrehen. Das ist ziemlich schwer. So, vielleicht gelingt es mir ja jetzt. Wobei, er nicht. Ich warte mal eben. So sieht das gut aus. Ich kriege mit dir jetzt nicht hier runterfallen. Nicht runterfallen. Wir müssen einfach nur durchkommen. Ich erkenne das Level leider nicht wieder, weil ich es einfach nicht mehr im Kopf habe. Okay, du stehst einfach nur rum. Was kannst du machen? Das ist mir egal. Gehe ich nochmal einen Power-Up? Oder einen Checkpoint? Oder einen Power-Up? Auch das erkenne ich. Ah, doch. Okay. Ich bin selber schuld. Man kommt also auch einfach so hier hoch. Gut zu wissen. Jetzt will ich ganz gerne meinen Power-Up behalten. Gut. Na, soviel dazu. Jetzt nicht gegen das Feuer springen. Genau. Interessant. Aber ich bin hier sicher. Ich habe zwar ein bisschen Angst, aber das sei mir ruhig gestattet. Oh, hier muss ich aufpassen. Hier muss ich warten. Das ist noch schlimmer als aufpassen. Na gut. Oh, das war es noch nicht. Der Bildschirm scrollt leider so ein bisschen, weil es ein Luftschiff-Level ist. Ich warte, bis ihr wechselt. Ich bin jetzt sehr vorsichtig, weil es ist ganz schön nervig, hier immer wieder hinzukommen. Na gut, an manchen Stellen bin ich dann doch nicht so vorsichtig. Checkpoint. Okay. Jetzt gegen Bowser. Mhm. Oh, Riesen-Bowser. Giga-Bowser. Mit Flügel. Deswegen kriege ich ihn nicht so gut getroffen. Komm, 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 komm. Oh, wie hältst du denn aus? Nicht genug. Okay. Dann haben wir es geschafft. Damit haben wir Sternentigers Superwelt abgeschlossen. Das Einzige, was mir fehlt, ist Wummswuchtball. Da oben sogar. Yoshi. Dargestellt als Schuh. Ribu-Schuh. Aber es passt auch, denn das ist ja im Grunde Yoshi. So viel dazu. Gut, hier ist kein Tod mehr. Ja, ich denke, ich habe es geschafft. Was steht hier überhaupt? Ich kann es nicht mehr lesen. Schade. Naja, ist egal. Das ist geschafft. Ähm. Damit ist die Superwelt abgeschlossen. Peach gerettet. Toll war es auch. Herr Ständiger. Vielen Dank für deine Welten. Ich würde mich freuen, wenn du noch irgendwann Wummswuchtball nachreichen könntest, denn das würde ich ganz gerne spielen. Ansonsten gute Arbeit. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei einem neuen Part. Entweder in einer Superwelt oder in beliebten Leveln. Ich freue mich drauf. Und bis dahin nur das Beste. Untertitelung des ZDF, 2020